Ja, sauber treten! Ja, nur, dass ich da ausbauen. Ach, das ist bitter, gell? Ja, gell. Wir haben aber Position 1. Du bist ja 1 grad, gell? Ja, da bist du nicht weit, also, ein Fehler vom Vordergang. Einmal kommst du auf den Park, dann bist du schon einmal in den Baum. Ja, wenn der erstmal ins Schleudere kommt, dann wäre das Beste zum Frenzern oder so. Austrudeln lassen. Ja, dann muss ich vom Gas runter. Naja, dann mache ich gar nichts dann. Ja, da ist dann der Ruhmennummer vorbei. Das war jetzt aber echt duzigartig. Ja, da nehme ich das auch. Weißt du, wenn du so einfach in den linken Tönen reinkommen würdest? Ja, ich weiß, da darf man das ja viel häufiger machen, aber... Nein, die Pilzart... ...nuch beweist, dass du dann an den Frenzern reinkommst oder so. Erstmal daheim üben und dann... Ja, erstmal üben. Jetzt bin ich schon letzter. Nein, das gibt's doch. Nein, das gibt's doch. Du bist das. Ich bin doch so schnell mal bei diesem Weg. Nicht gegen die Würstchenbude. Nein, dann gibt's was nicht. Das ist nicht stabil. Ich bin die ganze Zeit am Trashbaum hier. Ich hab' die Bodenhaftung in die Karre, was soll denn das?